Es geht gerade ziemlich rund in der Politik. Brisante, neue Informationen rund um die Spionageaffäre Egisto Ott und geleakte FPÖ-Chats sind heute und morgen das Thema des von der ÖVP initiierten U-Ausschusses zu rot-blauem Machtmissbrauch. Auch FPÖ-Chef Herbert Kickl ist morgen geladen. Was neu ist, auch Johann Gudenus ist in die Spionageaffäre verwickelt. Die Affäre, um mutmaßliche russische Spione beim österreichischen Verfassungsschutz entwickelt sich immer mehr zum größten Spionageskandal der jüngsten Geschichte. Beim U-Ausschuss soll Kickl aber nicht nur zu seinen mutmaßlichen Russland-Kontakten, sondern auch zu Inseratenvergaben in rechtsextremen Medien befragt werden. Brisante Chats, die der Krone vorliegen, offenbaren dabei einen erschreckenden Einblick der damaligen FPÖ-Kranten Heinz-Christian Strache, Herbert Kickl, Norbert Hofer und Christian Hafenecker in das blaue Verständnis von Pressefreiheit. Ich spreche heute mit unserem Krone-Plus-Innenpolitik-Experten Nico Frings über die brisanten neuen Informationen rund um die Spionageaffäre Ägisto Ott, das blaue Verständnis von Medienpolitik und die tiefgreifenden russischen Verbindungen in der FPÖ. Sie hören Story Scanner, das Thema der Woche von Krone-Plus. Am Mikro ist für Sie Sandra Beck. Schön, dass Sie diese Woche wieder dabei sind. So ja, hallo Nico. Hallo. Sprechen wir zuerst über den heutigen und morgigen U-Ausschuss. Die ÖVP um Fraktionsführer Andreas Hanger lud dazu ja FPÖ-Chef Herbert Kickl für morgen ein in den U-Ausschuss. Dort soll er aber nicht nur zu seinen mutmaßlichen Russland-Kontakten mit unter anderem Kreml-Spion Jan Marschallek befragt werden, sondern auch zu Inseratenvergaben in rechtsextremen Medien. Kannst du kurz erklären, worum es hierbei geht? Im Grunde geht es, wie so oft in Österreich, um Chat-Nachrichten, die da ausgetauscht worden sind. Das liegt schon Jahre zurück. Aber so der Tenor war eigentlich damals, dass sich die damaligen FPÖ-Chefs kurz vor Bekanntwerden des Ibiza-Skandals war das, ausgetauscht haben, wo man quasi Inserate vergibt und dass das schon auch in Rechtsextremen, ist vielleicht ein starkes Wort, aber in Rechten dezidierte FPÖ-nahen Medien, dass dort eben Inserate erscheinen. Und dass man sich nicht vom damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz diktieren lassen könne, wo man inserieren muss. Und ja, da gibt es Christian Hafenecker, Norbert Hofer, den wir ja kennen, Herbert Kickl, der übrigens nicht mitgeschrieben hat, sondern in der WhatsApp-Gruppe drin war, aber irgendwie da sich nicht zu Wort gemeldet hat. Ja, die haben sich da beraten und Inseratenvergaben besprochen für Medien, die wirklich recht sind, hast du recht, ja. Achso, also Herbert Kickl war auch in der WhatsApp-Gruppe, aber er hat selber an den Gesprächen nicht teilgenommen, wo die anderen diskutiert haben, aber Herbert Kickl war nicht dabei. Herbert Kickl hat zumindest in den Auszügen, die uns vorliegen, nicht direkt mitkommuniziert, HC Strache hingegen schon, der war der Vierte im Bunde, also aktiv kommuniziert haben bei den Ausschnitten, über die wir berichtet haben, HC Strache, Christian Hafenecker und Norbert Hofer. Die haben sich das ausgemacht. Es wurden uns auch Aufträge zugespielt, die es dann gegeben hat aus dem Innenministerium. Die FPÖ hat quasi gekontert dann, das muss man der Vollständigkeit halber auch dazu sagen und gesagt, dass das die ÖVP der FPÖ zwar vorwirft, aber selbst immer betrieben hat mit Inseraten-Schaltungen in vermeintlich ÖVP-nahen Medien. Ja, zu dem Verständnis von der blauen Medienpolitik, da kommen wir eh später noch dazu. Jetzt reden wir erstmal ganz kurz über die BVT-Affäre. Um das Image in Österreich ist es ja seit der BVT-Affäre im Jahr 2018 ja nicht sehr gut bestellt. Wien gilt gemeinhin als Hochburg der Spione, sagen viele Experten und Expertinnen. Zum Beispiel hat der bulgarische Investigativjournalist Christoph Grosef gesagt, in Wien gibt es mehr russische Handlanger als Polizisten. Er muss ja selbst dann Österreich verlassen aufgrund seiner gefährdeten Sicherheit. Kannst du kurz mal anreißen, wie massiv sind denn eigentlich die Verbindungen der FPÖ mit Russland aus deiner Sicht und könnte man eigentlich auch ein bisschen überspitzt formulieren, dass Österreich das trojanische Pferd in der EU für Russlands Propaganda ist? Ein letzteres würde ich gar nicht so als überspitzt sehen, sondern ich glaube schon, dass man das eben, wie du gesagt hast, österreichweit sehen und interpretieren muss, weil, und das sind wirklich relativ neue Erkenntnisse, die wir da haben und täglich gewinnen durch die U-Ausschüsse von dir schon angesprochen. Es ist schon ein bundesweiter, es ist ein österreichisches Thema und es ist jetzt, man darf auch nicht den Fehler machen und alles der FPÖ quasi blind zuschieben, nur weil der Untersuchungsausschuss von der ÖVP sich jetzt auf die FPÖ fokussiert. Man muss schon klar festhalten, dass die ÖVP die längste Zeit der Zweiten Republik fast immer den Innenminister gestellt hat. Herbert Kickl war das 18 Monate, da gab es diese Hausdurchsuchung etc., das ist alles abgehandelt schon, aber jetzt kommt eben ans Licht, dass es auch durch diese österreich-russische Freundschaftsgesellschaft, wo übrigens alle Parteien drin sitzen und wichtigen oder drin gesessen sind, es gibt sie so ja nicht mehr, und wichtige Manager aus Österreich ihre Russland-Kontakte da ausgetauscht haben und so, so kann man es vielleicht verständlich subsumieren, ist quasi auch Jan Marsalek zu seinen Kontakten da gekommen, aber, und den Fehler darf man nicht machen, man darf jetzt nicht hergehen und sagen, das ist ein FPÖ-Spezifikum, nur weil es gerade in dem Wahlkampf-U-Ausschuss, wie wir ihn einmal genannt haben, so reinpasst. Ja, es gibt die Verbindungen, ja, wir haben auch berichtet über Johannes Godenus, einen Mittelsmann und Jan Marsalek, da gab es einen sehr, sehr direkten Draht, wo wirklich heikle Informationen ausgetauscht worden sind. Man muss aber auch sagen, dieser Mittelsmann war eigentlich einmal ein guter Bekannter oder Mitarbeiter, glaube ich sogar, von Strasser, dem ehemaligen ÖVP-Innenminister. Also man darf jetzt nicht hergehen und das einer Partei zuschieben. Egister Ott hat bekanntlich mit Peter Pilz zusammengearbeitet offenbar und auch gute Kontakte zu den Neos gehabt, er soll SPÖ-Mitglied sein. Man muss einfach festhalten, es ist ein österreichisches Phänomen und wenn man so will, sind alle ein bisschen daran schuld, dass unser Image im Ausland zu Recht angekatzt ist. Es wirkt jetzt ja auch gerade ein bisschen wie so ein, also wirklich ein sehr starkes Wahlkampfthema. Absolut. Jetzt sind jetzt gerade die ganzen Informationen, die du jetzt gestern und auch vorgestern und die Tage davor bekommen hast, wirkt ja teilweise ein bisschen so, weil der U-Ausschuss ist ja von der ÖVP initiiert. Wirkt jetzt gerade nicht ganz zufällig, dass die Informationen jetzt gerade alle durchsickern, oder? Nein, gar nicht. Gar nicht. Also das ist absolut zutreffend, was du sagst. Ich glaube, man kann es, ja, man kann eigentlich im Nachhinein sagen, der Ausschuss, den es jetzt gibt zu rot-blauem Machtmissbrauch, obwohl eigentlich nur der blaue Machtmissbrauch untersucht wird, der war ja eigentlich nicht geplant, sondern eine Reaktion auf den ersten Ausschuss, den sich wiederum die SPÖ und die FPÖ, namentlich Kajan Greiner und Christian Hafeneck eigentlich ausgemacht haben. Das war im Endeffekt, wir wissen es mittlerweile, ein Ausschuss, wo es vor allem um René Benko gegangen ist, weil das natürlich sich zeitlich überschnitten hat und man das dann gut irgendwie veranschaulichen und analysieren hat können. Muss aber, und die meisten Befragungstage sind schon rum, festhalten, dass dieser Ausschuss jetzt noch nicht, dieser COFAG-Ausschuss zur Corona-Finanzierungsagentur des Bundes, noch nicht den Riesenskandal zutage gefördert hat. Was hat die ÖVP gemacht, als die SPÖ und die FPÖ das im Herbst beschlossen haben? Sie hat gesagt, naja, okay, diese U-Ausschüsse, wir wollen die eigentlich alle nicht, Wahlkampf, das hat sich schon abgezeichnet, dass das sehr politisch wird und hat dann eigentlich einen Gegenausschuss initiiert, weil sie das kann. U-Ausschüsse sind in Österreich bekanntlich ein Minderheitenrecht und die ÖVP hat dank Sebastian Kurz, dank des guten Wahlergebnisses, einfach noch so viele Mandate, dass sich das im Nationalrat ausgeht. Hat selbst einen U-Ausschuss initiiert, den eigentlich als Konter geplant für die SPÖ und für die FPÖ. Jetzt ist es aber so, dass man mit der SPÖ, darüber berichten wir schon immer, im Hintergrund schon ein bisschen backelt, wie man bei uns in Österreich so schön sagt, wie die nächste Koalition ausschauen könnte. Auch deswegen hat man sich offenbar ein bisschen auf die FPÖ, auf die Freiheitlichen eingeschossen und, und das muss man schon sagen, das war eigentlich ein bisschen ein Zufallstreffer, dass das Ganze zu hoch geht mit der Verhaftung von Ägisto-Ott etc. Hat die ÖVP da quasi einen Glücksgriff, eigentlich rückblickend, muss man das so sagen, Glücksgriff getätigt. Ja, weil jetzt bekommen wir sehr viele sensible Akten, sehr viele neue Erkenntnisse und die ÖVP betont täglich, wie sehr sie sich bestätigt fühlt, dass das genau der richtige Ausschuss war, obwohl sie eigentlich beide nicht wollte. Es ist ja auch eigentlich kein Geheimnis, dass die FPÖ sich ein ziemlich starkes Netzwerk aus eigener oder nahestehenden Medien erschaffen hat, die ja auch gerne Haus- und Hofberichterstattung für die FPÖ betreiben. Gesponsert unter anderem ja durch blaue Inserate, wo es ja auch dazu im morgigen Urschuss gehen soll, wo ja auch Herbert Kickl geladen ist. Welche Medien zählen da eigentlich überwiegend dazu? Weil ich denke mir eigentlich, dass wahrscheinlich viele Leute eigentlich gar nicht wissen, welche Medien von den rechten Parteien unterstützt werden. Also Wochenblick und Unzensuriert.at sind so, also Wochenblick wurde aus wirtschaftlichen Gründen mittlerweile eingestellt, aber das sind so Medien, die da auftauchen, um nur zwei zu nennen. Teilweise wurden sie auch von FPÖ-Leuten betrieben, soweit mir das bekannt ist. Ja, sie gelten als FPÖ-nahe, da muss man keinen Held draus machen. Aber interessant ist eben sicher, sich anzuschauen, warum es dieses blaue Medienimperium eigentlich gibt und warum die auch die Freiheitlichen auch so erpicht darauf sind, woanders vorzukommen, ohne sie jetzt in Schutz nehmen zu wollen. Nur die Freiheitlichen waren historisch gesehen Anfang der Jahrtausender Wende. Jetzt, ja gut, dann hat es die Regierung mit Wolfgang Schüssel gegeben, aber danach war doch große Koalition etc. Und die Führungsrege der Blauen, die es jetzt gibt, die hat, glaube ich, damals immer ein bisschen damit zu kämpfen gehabt, dass sie nicht wirklich vorgekommen ist oder nicht so, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hätte, obwohl HC Strache da dann die Partei übernommen hat. Wir wissen das. Aber sie wollten eigentlich immer noch mehr und waren dann immer enttäuscht, dass manche Geschichten, glaube ich, nicht gekommen sind oder nicht groß genug gekommen sind, weil man war ja die führende Oppositionspartei. Und dann hat man gleichzeitig sehr früh, und da muss man auch sagen, früher als die meisten anderen Parteien erkannt, welches unheimliche Potenzial in Social Media steckt. Ja, wir wissen, der Facebook-Account von HC Strache war einmal einer der größten Österreichs, wenn nicht sogar mit der größte einer Privatperson, glaube ich, oder eines Politikers auf jeden Fall. Und es war einfach schlicht und ergreifend, wir beide erinnern uns noch vor 14 Jahren, auch viel billiger auf Facebook-Werbung zu schalten. Und die Freiheitlichen haben dann sozusagen die Strategie gewechselt und sich eher darauf fokussiert. Das hat ihnen dann rückwirkend extrem geholfen, auch wenn das damals vielleicht nicht jeder verstanden hat. Also kann man eigentlich sagen, dass die FPÖ für ihre bestimmten Inhalte, die sie eigentlich wollen, halt bestimmte Medien deswegen auch unterstützen, sodass sie die halt publizieren können oder halt in die Welt tragen können, sage ich jetzt mal? Absolut. Und ich glaube, was politisch dahinter steckt, ist einfach, man erreicht die eigene Kernwählerschaft direkt und ungefiltert. Ich glaube, FPÖ-TV hat wahnsinnige Reichweiten zum Teil. Und ja, Herbert Kickl wird, glaube ich, manchmal vorgeworfen, dass er nicht zu jedem Privatsender geht. Bin mir nicht sicher, ob er nicht bei manchen oder ob er nicht bei manchen FPÖ-TV-Videos sogar mehr österreichweite Reichweite hat. So ehrlich muss man sein. Die haben sich da ein eigenes politisches Medienimperium geschaffen bei sich im Haus. Da sind sie ihre eigenen Chefredakteure. Und ja, davon profitieren sie. FPÖ-TV ist ja auch auf Twitter zum Beispiel wirklich sehr stark und haben eine sehr hohe Reichweite. Ja gut, springen wir mal in der Zeit etwas zurück in das Jahr 2018. Das System Kickl zu seiner Zeit ja als Innenminister. Die berüchtigte Razzia im österreichischen Geheimdienst BVT, ausgelöst durch ein Dossier voller Anschuldigungen durch eben den früheren BVT-Beamten Egisto Ott, das ja auch bis heute für Wirbel sorgt. Geht ja auch unter anderem im U-Ausschuss um dieses Thema. Hanger von der ÖVP behauptet ja, dass man aus Akten wisse, dass der Russlandspion Jan Marsalek im Innenministerium ein- und ausging und besorgniserregende Konzepte vorstellte. Berater von Kickl waren ja auch jene BVT-Beamte, die scheinbar Marsalek zur Flucht verholfen haben und illegal Daten von Ministerium-Smartphones weitergegeben haben, wie er mutmaßt. Was ist denn an den Vorwürfen Hangers dran aus deiner Sicht und was könnte Kickl eigentlich drohen, wenn sich jetzt diese Behauptungen als wahr herausstellen? Könnte Ott vielleicht ja sogar Grundzeuge werden oder ist das eher unwahrscheinlich aus deiner Sicht? Es ist jetzt sehr spannend, dass einen Tag vorher Herbert Kickls Befragung im Ausschuss zu versuchen zu erklären. Aber ich will es trotzdem versuchen. Stand jetzt, aber wie gesagt, die Befragung findet morgen statt. Stand jetzt würde ich nicht davon ausgehen, dass strafrechtlich oder sonst da irgendwas hängen bleibt von dem, was jetzt vorliegt. Ich glaube, es geht halt eher um ein Sittenbild, wie leicht das war für Jan Marsalek, die öffentliche Meinung oder Vorgänge im BVT und die öffentliche Meinung da irgendwie zu beeinflussen, gezielt falsche oder teilfalsche Informationen zu streuen, auch in den Geheimdienst und aus dem Geheimdienst dann wieder hinaus. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt und das Bild, das sich uns immer mehr offenbart und zeigt. Ich glaube, symptomatisch für das Ganze ist die von dir kurz angeschnittene Geschichte mit den Handys, die die Ott dann nach Russland verkauft haben soll für gar nicht einmal so viel Geld. Das war eine mittlerweile medial auch schon bekannte Kanufahrt in Tulln, in meiner Heimat in Niederösterreich, nicht weit von meiner Heimat zumindest. Und dort sind einfach drei Handys ins Wasser gefallen von hochrangigen Innenministeriumsmitarbeitern. Und die, und das muss man dann auch sagen, wurden eben nicht quasi dem Dienstweg entsprechend versorgt, um sie wieder herzustellen, sondern eigentlich entgegen dem Dienstweg ins BVT gebracht, wo sie eigentlich nie hätten landen dürfen. Gilt es sicherlich auch noch zur Untersuchung aufzuklären, warum das so passiert ist. Und damit haben die Freiheitlichen nichts zu tun. Was dann passiert ist, ist bekannt. Ägisterot hat die Handys quasi weiterverkauft. Das ist aber wieder eine ÖVP-interne Angelegenheit eigentlich. Für das wurde ja auch letztendlich verhaftet, oder? Mitunter, genau. Das steht in der Anordnung noch drin. Und das zeigt aber einfach das Bild. Also ich glaube, dass das wirklich ein größerer Skandal ist und sein wird, als wir uns das heute vorstellen können. Ich glaube auch, dass wir nach Herbert Kickls Befragung im Ausschuss morgen vielleicht ein bisschen schlauer sein werden. Ich glaube, da wird es noch viel Aufarbeitung brauchen, juristisch, polizeilich und aber natürlich auch politisch. Derzeit wird ja auch schon über den nächsten U-Ausschuss, quasi ein bisschen verhandelt hinter den Kulissen, einen eigenen Russland-U-Ausschuss. Da betonen aufgrund der aktuellen Empörung natürlich alle Parteien, dass es den nach der Wahl sofort geben soll und wird. Also ich bin gespannt und ich glaube, es liegt dann auch an den Medien, die Parteien daran zu erinnern, nach einer nächsten Wahl, wie wichtig sie den Ausschuss empfunden haben, weil irgendwie hängen schon sehr viele Parteien mit drin. Kickl nennt ja jetzt auch den von der ÖVP eingesetzten Untersuchungsausschuss heute und morgen für verfassungswidrig, wie er selber sagt. Ein entsprechender Antrag, aber beim Verfassungsgerichtshof scheitert er aber ja. Trotzdem kommt er ja aber, weil er ja für Aufklärung sorgen will, wie er selber meint. Wie begründet er denn überhaupt seine Behauptung, der U-Ausschuss sei verfassungswidrig? Und was ich mich jetzt noch kurz gefragt habe, weil das vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen wichtig ist, er kommt ja freiwillig, also er muss ja theoretisch gar nicht kommen, oder? Naja, alles ein bisschen schwierig. Es geht um den Verfassungs- oder Untersuchungsgegenstand. Der ist laut zumindest einigen Rechtsansichten verfassungswidrig. Der Rechtsspruch war dann aber eben ein anderer, nämlich dass es schon verfassungskonform ist. Man muss wissen, ein bundesweiter Untersuchungsausschuss darf sich nur mit Themen befassen, die auch wirklich im Bereich der Bundesverwaltung passiert sind. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wir haben ja auch darüber berichtet, dass die ÖVP zum Beispiel den FPÖ-Steiermark-Skandal zum Thema machen will. Und das ist dann schon eher doch Landespolitik und weniger Bundespolitik. Ja, aber diese Suppe haben sich die Freiheitlichen wahrscheinlich mit dem Kofag-Ausschuss selbst eingebrockt. Wir haben es schon thematisiert. Pakt ist auch, der Ausschuss ist zumindest für rechtens befunden worden. Und Herbert Kickl muss und sollte schon auch kommen. Andernfalls müsste er das gut und gezielt begründen können. Wenn man einmal quasi zu Unrecht absagt, wir kennen das, gibt es eine Beugestrafe. Diese Strafen können dann, je nachdem wie oft man absagt, von 500 bis 5000 Euro reichen. Und dann könnte man, das geht sich aber aufgrund der wenigen Befragungstage schon gar nicht mehr aus, dann könnte man theoretisch auch polizeilich vorgeführt werden. Das war mal Thema, wir erinnern uns bei René Benko, ob man den nicht dann vorführen lassen könnte. Aber dazu wird es nicht kommen. Es gibt schlicht und greifend zu wenige Befragungstage. Die Strategie von Herbert Kickl morgen ist, glaube ich, eine sehr offensive. Er wird, so wie das zu lesen ist und wie er es auch uns gegenüber formuliert hat, er hat gesagt, das wird ein Bumerang. Für seine Kritiker hat er sich bei uns in der Zeitung zitieren lassen damit. Also ich bin gespannt. Es hört sich so an, als ob er es wirklich sehr offensiv anlegen würde. Dann darf er sich halt auch nicht entschlagen. Da werden die Medienvertreter genau hinschauen. Man kriegt dann schnell ein gutes Gefühl dafür, ob sich jemand entschlägt, weil er wirklich keine Ahnung hat oder weil die Frage einfach unangenehm ist. Das ist schon ein Thema und wir werden wirklich gespannt. Aber ich glaube, er wird sehr offensiv anlegen. Kommen wir nochmal kurz auf die geleakten FPÖ-Chats zu sprechen. Da gibt es ja auch eine Geschichte von dir, die übrigens auch auf Krone Plus zu finden ist, zum Nachlesen. Die geben mir einen wirklich sehr erschreckenden Einblick darüber in das blaue Verständnis von Pressefreiheit. Dazu hat der HC Strache in einem Chat dazu aufgerufen, die freien Medien nach wie vor mit Inseraten zu betreuen und dass sich die Inhalte dort rasch im Sinne der FPÖ wiederfinden sollen. Wie reagiert denn die FPÖ überhaupt auf die Vorwürfe und wie steht es eigentlich um die rechtliche Lage der politischen Einflussnahme in die Medien überhaupt? Also könnte es zum Beispiel auch mal sein, dass hier auch mal nachjustiert werden könnte, rechtlich gesehen? Ja, lustig ist ja vor allem, dass HC Strache mit den freien Medien die Medien meint in dem Kontext, die eigentlich nur ein bisschen recht sind. Also er verwendet das eigentlich im Kontext zu einem Medium, das die Identitären quasi hochgeschrieben haben soll, wenn mir das jetzt richtig erinnerlich ist und meint, dass das quasi ein wirklich rechtes Medium ist und die anderen sind ja die freien Medien. Ich finde den Chat sehr lustig von Christian Hafenecker, der dann auch sagt, so ein bisschen journalistische Freiheit, das hält man schon aus und so würde ich es jetzt auch beantworten. Also eine journalistische Freiheit ist ein hohes Gut. Wir müssen sehr darum kämpfen aktuell. Das Zitierverbot, wir haben auch schon darüber berichtet, das ist jetzt Gott sei Dank einmal so vom Tisch. Ich glaube auch im Zuge der ORF-Reform gibt es da gerade für Zeitungen und andere Medienhäuser noch viele Herausforderungen und ich glaube, dass sich die nächste Regierung vielleicht einmal wirklich Gedanken machen muss, auch um vielleicht ein eigenes Medienministerium, vielleicht verknüpft mit Digitalisierung. Bis jetzt ist das immer so, als in Österreich sagt man Beiwagerl stiefmütterlich behandelt worden. Vielleicht braucht es da wirklich einmal ein eigenes Ministerium, möglich wäre es und ich glaube, angemessen wäre es auf jeden Fall. Jetzt hat er schon nach dem Sturm auf das BVT durch Ex-Innenminister Herbert Kickl 2018 ist ja schon sehr viel Vertrauen damals zerstört worden. Internationale Partner haben sich ja teilweise von Österreich abgewandt. Ähnliches könnte jetzt nun wieder passieren, wie Expertinnen und Expertinnen meinen, weil das neu gewonnene Vertrauen könnte ja zum Beispiel durch eine Veränderung der politischen Medienlandschaft wieder zerstört werden, jetzt mit der kommenden Nationalratswahl zum Beispiel. Wie siehst du denn das im Hinblick auf die bevorstehenden Wahlen? Also wie würde es denn beim Wahlsieg aussehen, die Medienlandschaft? Könnte ja dann vielleicht die Medienlandschaft sogar nach einem Vorbild von Ungarn umbauen wollen. Das ist natürlich, muss man vorausschicken, spekulativ, weil es auch natürlich realpolitisch dann darum geht, wie viel Macht hat er wirklich. Die absolute Mehrheit wird sich sehr, 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 wahrscheinlich nicht ausgehen. Somit wird sein Handlungsspielraum da auch begrenzt sein. Es braucht Mehrheiten im Parlament für Beschlüsse. Es braucht manchmal zwei Drittel Mehrheiten, wenn es darum geht, was in der Verfassung zu verändern. Also es ist jetzt nicht, da wird sich alles irgendwie automatisch zurechtbiegen könnte. Zumal das ja auch in fünf Jahren, wir kennen unsere Justiz und die Vorgänge. Es geht sich in fünf Jahren auch gar nicht aus. Die wirklichen Themen sind einfach, uns Medien geht es nicht gut, wirtschaftlich und finanziell. Das ist jetzt gerade wieder ein bisschen besser und jedes Medium hat da so seinen eigenen Ansatz. Aber ich glaube schon, dass man, dass es da Reformen braucht, wirklich konstruktive Reformen und eben wirklich vielleicht eine größere eigene Anlaufstelle. Dass Herbert Kickl das jetzt so umsetzen würde, wäre mir neu. Ich glaube schon, dass es für den ORF nicht angenehm wird, wenn Herbert Kickl erster wird. Das kann ich mir schon vorstellen. Auch wenn man da wieder relativierend sagen muss, nur weil er einmal bei der Nationalratswahl erster wird, kann er noch nicht diese Gremien im ORF umbesetzen. Da gibt es immer noch die schwarze Mehrheit. Auch das ist nicht hausgemacht und nicht automatisch der Fall. Darum sehe ich diesen Umbau nach Urbanschen Vorbild, den sehe ich zumindest kurz- bis mittelfristig nicht. Langfristig kann man so etwas nie ausschließen. Herbert Kickl hält sich jetzt lange an der Spitze. Aber ja, ich glaube, für den ORF wäre es einmal sehr ungemütlich, wenn er erster werden würde. Inwiefern sich das dann aber konkret auswirken würde, ist rein spekulativ. Ja, dann werden wir mal sehen, was Herbert Kickl morgen im Urschluss zu sagen hat. Und danke Nico auf jeden Fall für deine Zeit. Danke auch. Die Vorwürfe gegenüber der FPÖ sind massiv. Aber wie wir von Nico eben gehört haben, ist in Bezug auf die Spionageaffäre nicht nur die FPÖ alleine schuld. In vielen Parteien sind die Russland-Verbindungen tiefgreifend und sind wohl ein grundlegendes Problem in Österreich. Der jetzige FPÖ-Chef Kickl soll morgen befragt werden, ob er von Egisto Orts mutmaßlicher Spionagetätigkeit gewusst haben soll und was es mit den Inseraten in rechtsextremen Medien auf sich hat. Hans-Jörg Genewein, der als rechte Hand von Kickl galt, mittlerweile aber aus der Partei ausgetreten ist, soll ebenfalls im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss befragt werden. Außerdem ist eine hohe Beamtin des Verfassungsschutzes geladen. Unser Innenpolitik-Experte Nico Frings, mit dem ich eben gesprochen habe, war heute und ist morgen natürlich im U-Ausschuss vor Ort und wird sich anhören, was Kickl zu sagen hat. Alle Informationen dazu gibt es natürlich auf kroneplus und krone.at. Amiko war für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sandra Beck. Ich wünsche Ihnen eine schöne restliche Woche und bis nächsten Mittwoch.